Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, eine neue Ausgabe von Blauweiß Interviewt. Wir freuen uns, dass wir erstmals Daniel Steininger zu Gast haben. Steininger, schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit nehmen konntest für uns. Danke, ich freue mich auch. Starten wir gleich hinein. Du bist jetzt seit zwei, drei Wochen in Magdeburg. Bist du denn gut angekommen in Magdeburg und konntest du denn schon eine Wohnung beziehen? Ja, zuallererst musste ich natürlich im Hotel wohnen und war natürlich dann auch fleißig auf Wohnungssuche. Das hat dann Gott sei Dank schnell geklappt. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich dann eine Wohnung gefunden und bin jetzt auch schon eingezogen. Verrate uns doch mal, wann hast du das erste Mal etwas über den ersten FC Magdeburg gehört? War das während deiner Zeit in Fürth oder war das vielleicht sogar schon vorher? Ich denke, es war während meiner Zeit in Fürth, wo der FC Magdeburg damals von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen ist. Und danach vielleicht noch etwas über unsere Fans oder anders medial irgendwie den Verein wahrgenommen? Ja, natürlich. Beim Aufstieg in die zweite Liga dann erstmal richtig wahrgenommen, was da hier alles los ist, welche Tradition hier ist, welche Masse an Fans, sage ich mal, hier ist. Also das ist schon Wahnsinn. Nun zu einer Frage, die hast du schon mehrmals nach deiner Ankunft hier beantwortet. Wir wollen es trotzdem nochmal wissen, wie kam der Kontakt hier zum FCM zustande und wie wurde der Wechsel schlussendlich vollzogen? Also den ersten Kontakt hatte ich bereits in der Sommerpause. Ja, da gab es Telefongespräche mit dem Berater, mit den Verantwortlichen hier. Dann hatte ich nochmal Kontakt im November und dann bin ich auch hierher gefahren, habe mir das Ganze auch mal ein bisschen angeguckt, habe ein Gespräch geführt mit Mike Franz, dem Sportdirektor und dem damaligen Trainer Stefan Krämer. Und ja, ich hatte von Anfang an eigentlich so ein gutes Bauchgefühl, dass es hier eigentlich ganz gut passen könnte und es hat mir auch von Anfang an auch recht gut gefallen. Und ja, ich freue mich jetzt umso mehr, dass es im Winter dann geklappt hat und ich jetzt hier bin. Nun ist es ja auch mit dem Wechsel das erste Mal so, dass du Bayern verlassen musstest, um deiner Berufung nachzugehen, um Fußball zu spielen. Du bist nun weit weg von deiner Heimat. Wie viel Überwindung hat dich dieser Schritt gekostet? Also erstmal hat mich das eigentlich nicht so viel Überwindung gekostet, weil ich bin eigentlich seit zehn Jahren schon vom Elternhaus entfernt. Und ich war auch schon mal in Regensburg ein Jahr lang. Und ja, für mich war es einfach wichtig, jetzt einfach mal was Neues zu sehen. Und irgendwie auch, dass es dann klappt, dass du dann ein bisschen weiter weg bist. Das ist ja nicht immer, das kann man im Fußball nie vorhersehen. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Schritt, um auch nochmal eine Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen und auch mich einfach da in dem Sinne einfach nochmal woanders zeigen zu können. Hatten denn deine Familie und deine Freunde ein Mitspracherecht bei deinem Wechsel? Oder wurde sich da gar nicht beraten vorher? Nee, wie schon gesagt, im Fußball, denke ich, kann man sich das nicht aussuchen, wo man im Endeffekt dann landet. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die da ein Mitspracherecht hatten. Du bist gleich mit hinein, startet ins Trainingslager in Spanien zum Jahresanfang. Würdest du sagen, dass so ein Trainingslager ganz gelegen kam, um sich als Neuer in ein Team zu integrieren? Erstmal ist es natürlich nicht so ganz einfach. Die Mannschaft ist im Trainingslager, du kennst niemanden bis auf zwei, drei, vielleicht kurzflüchtig. Und Jaso kannte ich schon länger, weil mit dem habe ich in Fürth zusammengespielt. Sonst kannte ich eigentlich keinen persönlich. Und dann sind die zwei Tage da und du kommst erst einmal nachgeflogen. Aber ich denke, das hat alles ganz gut funktioniert. Die Jungs haben mich von Anfang an wirklich gut aufgenommen und ich habe mich auch schnell wohlgefühlt. Du sagst gerade, Jaso kanntest du bereits aus deiner Fürtherzeit. War er es auch, der dich so ein bisschen vielleicht an die Hand genommen hat, dir das Integrieren so ein bisschen leichter gemacht hat? Ja, eigentlich hieß es, ich bin mit ihm im Zimmer, habe er dann doch nicht. Aber ja klar, natürlich habe ich mich auch mit Jaso ausgetauscht, gleich von Anfang an. Nun wurdest du verpflichtet, um unseren Angriff zu verstärken. Welche Attribute schreibst du dir denn selbst zu, um der Mannschaft helfen zu können? Also ich denke, ich lebe auf jeden Fall von meiner Athletik, von meiner Schnelligkeit, von meiner Geradlinigkeit. Ich würde mich auch als sehr torgefährlichen Spieler bezeichnen. Ich habe so ein bisschen ein Näschen, wo der Ball runterfallen könnte. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ich geradlinig bin. Ich habe einen guten Zug zum Tor und das sind so eigentlich die größten meiner Fähigkeiten. Wie war denn dein erster Eindruck von Cheftrainer Klaus-Dieter Wollitz? War er dann im Trainingslager, ne? Ja, ich kannte ihn auch nur über die Medien, auch bei seinen vorherigen Stationen, Cottbus und Oberhausen, glaube ich. Osnabrück. Osnabrück, genau. Und ja, ich wusste, dass es ein sehr emotionaler Trainer ist und ja, genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann im Endeffekt auch. Also sehr viel Emotionalität im Training, sehr viel Zug, auch sehr, sehr laut, weiß, was er will, gibt den Spielern Anweisungen, motiviert und das ist alles wirklich sehr positiv. Hast du denn von ihm so eine Zielsetzung mit auf den Weg bekommen, beziehungsweise was erwartet er von dir und ja, vielleicht daran anschließend gleich, wie oft sucht er überhaupt den Austausch mit einzelnen Akteuren? Ja, ich denke, dass der Trainer sehr viel mit Spielern spricht und ja, natürlich auch mit mir und ich weiß genau, was er von mir sehen will, was er von mir fordert und ich werde daran arbeiten, Tag für Tag. Und ich hoffe dann auch, dass ich dann auch irgendwann dann auch mal ein Kandidat bin für die Startelf, natürlich. Nun ist es ja auch so, dass du zu deiner Zeit in Fürth auch mehrere Trainer kennengelernt hast. Du kennst sozusagen den Prozess, dass der Trainer eine Mannschaft kennenlernen muss und umgekehrt genauso. Was denkst du denn, wie lange kann so ein Prozess dauern, bis der Trainer der Mannschaft seine Spielidee komplett vermitteln kann? Also ich denke, so einfach pauschal kann man das nicht sagen, aber ich denke, es ist wichtig, dass man von Anfang an genau weiß, wo vielleicht noch die ein oder anderen Prozentpunkte rauszuholen sind. Und ich denke, das hat der Trainer und das Trainerteam und das Staff ganz gut erkannt. Und da gilt es jetzt einfach Tag für Tag daran zu arbeiten und sich immer verbessern zu wollen. Vor deinem Wechsel hierher zum 1. FC Magdeburg, da warst du ja verletzt, leider Gottes. Ein halbes Jahr warst du, glaube ich, außer Gefecht gesetzt aufgrund einer Meniskusverletzung. Erzähl nochmal kurz, auch wenn du vielleicht gar nicht gerne auf die Zeit zurückblickst, wie ist die Verletzung entstanden und wie ist dann die Behandlung erfolgt bzw. verlaufen? Ja, das ist ziemlich schnell erklärt. Das war einfach eine Aktion im Spiel. Da habe ich gemerkt, da geht jetzt nichts mehr, musste ich raus. Dann kam auch schnell die Diagnose. Da denkt man sich erstmal scheiße, aber trotzdem waren im Endeffekt dann nur fünf, sechs Wochen nach der OP, wo man ausfällt. Und dann muss man sich halt wieder rankämpfen. Dann muss man fleißig sein, dann muss man mehr machen, dann muss man richtig beißen und dass man dann wieder auf das alte Niveau kommt. Würdest du sagen, dass das mit die schwierigste Zeit war bislang in deiner ja noch jungen Karriere? Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. War auch meine erste OP. Vorher hatte ich noch gar nichts. Also ein bisschen ungewohnte Situation. Aber ich denke, an solchen Situationen wächst man auch und da kann man sich auch dann Kraft holen. Und ich sage mal, ja, das passiert einfach im Fußball. Das ist ein Kontaktsport und das kann man nicht verhindern. Ich glaube, das ist schon mehr in Spielern passiert. Wichtig ist einfach nur, dass man den Fokus nicht verliert, dass man dran bleibt und dass man dann weiterhin Gas gibt. Gut, machen wir einen Haken hinter die Verletzungen und hoffen, dass du künftig verletzungsfrei unterwegs bist. Es gab natürlich auch tolle Erlebnisse für dich in Fürth. Beispielsweise im 2016 und 2018 die Derbysiege. Da hast du, glaube ich, auch beide Male getroffen. Was waren das für Erlebnisse? Ja, muss ich schon sagen, das waren bis jetzt in meiner Karriere die absoluten Highlights. Also es war Wahnsinn, beide Male zu treffen im Auswärtsspiel beim Klub. Und da ist halt natürlich einiges los in der Stadt. Rivalität, ältestes Derby in ganz Deutschland. Also es ist schon Wahnsinn. Und wenn man dann zweimal ein Tor schießt und zweimal gewinnt, ist es natürlich umso erfreulicher. Natürlich feiert man danach auch ausgiebig mit den Fans in der Gustavstraße. Und ja, das war Wahnsinn. Wo du gerade sagst, du hast beide Male auswärts getroffen. Sind es generell Auswärtsspiele, die du lieber magst, aufgrund der hitzigen Stimmung meist in einem Auswärtsspiel oder doch lieber Heimspiel? Nee, ich denke, dass mir das eigentlich relativ egal ist. Also ich versuche wirklich, egal ob es daheim oder auswärts ist, immer das Bestmögliche rauszuholen. Am einen Tag läuft es besser, am anderen Tag läuft es nicht so gut. Auch da ist es so, wenn es mal nicht so gut läuft, ja, dann ist es halt einfach so. Dann muss man das akzeptieren und muss man einfach dranbleiben und weiterarbeiten. Es waren damals natürlich große und wichtige Spiele für euch, Fürther. Würdest du denn sagen, dass es eine Stärke von dir ist, gerade in solchen wichtigen Spielen präsent zu sein, da zu sein und dann auch zu treffen schlussendlich? Ja, ich habe jetzt zweimal, wie gesagt, es waren zweimal über 50.000 Zuschauer und ja, so viele ganz große Spiele hatte ich jetzt noch nicht in meiner Karriere. Aber ja, es ist mir auf jeden Fall gelungen, da ein Tor zu schießen und auch gute Leistung abzurufen. Also es ist auf jeden Fall kein Schwachpunkt von mir. Gegen Zwickau im Heimspiel, da hast du hier die ersten Einsatzminuten bekommen vom Cheftrainer. Was war das für ein Gefühl, wenn du, oder als du das erste Mal den Rasen der MDCC Arena betreten durftest und ja auch der Name von den Fans hier ausgerufen wurde? Also ich hatte ja schon einmal ein Auswärtsspiel hier. Da fand ich schon sehr, sehr gut, was hier... Da hast du auch getroffen? Genau, habe ich auch getroffen. Da fand ich schon sehr, sehr gut, was hier alles abgeht, wie die Fans Stimmung machen, wie sie die Mannschaft nach vorne peitschen. Auch genauso war es gegen Zwickau daheim und auch auswärts in Mannheim. Also es ist Wahnsinn, wie viele Fans da mitgereist sind und uns angefeuert haben und auch daheim, ja, wie gesagt, atemberaubend. Für die dritte Liga ist das absolut top. Das sind auch keine Drittliga-Verhältnisse, das sieht man auch in der zweiten Liga selten. Ja, leider Gottes haben wir dann 2-1 verloren. Das ist immer scheiße, sage ich mal, aber ich denke, gegen Mannheim haben wir eine gute Antwort gezeigt und ich bin auch positiv, dass es auch jetzt noch positiver wird und dass wir uns auch weiterentwickeln und dann auch die Spiele gewinnen. Du hast ja sowohl die zweite Bundesliga als auch die dritte Liga schon damals mit Regensburg kennengelernt. Ja, wo machst du da zwischen den beiden Ligen die größten Unterschiede fest? Also erstmal muss ich sagen, glaube ich, hat sich der Fußball auch ein bisschen verändert zu damals, zur dritten Liga. Also es ist schon auch jetzt schneller geworden und wird auch besserer Fußball gespielt. Ich kann mich noch erinnern, damals, da wurden von den meisten Mannschaften einfach nur hoch und weit nach vorne gekloppt. Ich denke, mittlerweile sind auch da viele Vereine, die einfach Fußball spielen wollen und das finde ich auch gut so. Und ich denke auch nicht, dass zwischen der zweiten und dritten Liga so viel Unterschied ist. Natürlich ist das Spiel nochmal schneller und natürlich geht es um noch mehr Details, aber ich denke, dass der Unterschied auch immer kleiner wird. Gibt es denn noch Spiele in dieser Saison, auf die du dich besonders freust? Ja, auf jeden Fall das Derby gegen Halle, ne? Das Derby gegen Halle, ja. Auch das Duell. Ansonsten hast du noch, ich sag mal, ehemalige Weggefährten, die in der dritten Liga unterwegs sind oder Vereine, zu denen du in irgendeiner Form eine Verbindung hast? Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also natürlich gibt es bei dem einen oder anderen Verein einen Spieler, mit dem ich ja schon zusammengespielt habe. Das war jetzt zum Beispiel auch letzte Woche der Fall gegen Mannheim. Da habe ich mit Marcel Hofrat zum Beispiel bei Regensburg zusammengespielt. Und ich denke, da wird man auch noch das eine oder andere bekannte Gesicht sehen. Nochmal auf unser Team geschaut. Wie schätzt du denn das Konkurrenzgefüge in der Offensive ein? Und wie möchtest du dann daran arbeiten, dass du dir irgendwann mal einen Stammplatz erkämpfen kannst? Ja, bis jetzt schätze ich den Konkurrenzkampf sehr hoch ein. Ich denke, die Jungs vorne, speziell vorne jetzt, weil es ja um mich geht, die geben alle Gas im Training. Und dann gilt es halt einfach, noch mehr Gas zu geben, noch mehr zu arbeiten, an seinen Schwächen zu arbeiten. Wo kann man noch was rausholen? Wo sieht man noch Defizite? Und es gilt es halt wirklich, jede Woche da irgendwie abzuarbeiten. Und nur so geht es. Und es ist auch ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Und ja, man darf da auch nicht immer so ein bisschen überpacen. Manchmal muss ich mich auch ein bisschen selber bremsen, weil ich immer viel will und manchmal vielleicht zu viel will. Und da muss man halt immer so die gute Mischung finden. Noch kurz zwei Fragen zur Stadt Magdeburg. Was hast du denn bislang schon sehen können von der Stadt? Und ja, wie gefällt es dir dir? Ja, ich habe einen sehr positiven Eindruck von der Stadt, von Anfang an gehabt. Ich habe schon den Dom gesehen. Ich habe diverse Restaurants schon mir in der Stadt angeguckt. Und durch die Wohnungssuche bin ich natürlich auch viel in der Stadt umhergefahren und habe da auch schon einiges gesehen. Was mir jetzt spontan einfällt, sind diese Lichtfiguren von Weihnachten wahrscheinlich. Sowas habe ich selten gesehen. Das war echt wirklich schön. Da habe ich auch das ein oder andere Bild gemacht. Und ja, schade, dass das jetzt, glaube ich, nicht mehr da ist. War zur Weihnachtszeit, glaube ich, ganz stark ausgeprägt in der Stadt. Ja, wo findet man dich ansonsten, wenn nicht gerade Training ist oder Spieltag ist? Was machst du sonst? Also ich entspanne gerne. Sei es in den Thermen oder bei anderen Sportarten. Sei es jetzt Tennis oder Basketball. Sich einfach mal so einen anderen Impuls zu setzen. Mal abzuschalten vom Fußball. Ich gehe auch gerne ins Kino. Ja, wie gesagt, ich fahre dann auch mal heim zur Familie, wenn die Zeit da ist, wenn genug freie Tage sind. Ja, und das sind so eigentlich die Hauptaktivitäten. Und wenn Sommerpause und Winterpause ist, dann versuche ich auch immer in Urlaub zu fliegen. Immer weit weg in die Wärme, an Sonne, Strand, Meer. Das sind so meine Lieblingsbeschäftigungen. Du sagst gerade, du gehst auch gerne anderen Sportarten nach, so als Ausgleich. Verfolgst du denn auch andere Sportarten in den Medien? Ja, jetzt zum Beispiel habe ich Football verfolgt. Das gefällt mir immer ganz gut. Aber da muss ich auch ehrlich zugeben, die Regular Season, das ist nicht so meins. Ich bin dann eher so der, der ab den Playoffs dann schaut. Abschließend vielleicht noch, Steini, mit drei Worten. Was macht den FCM in deinen Augen aus? Ja, auf jeden Fall Tradition, Leidenschaft und ein brutal gutes Miteinander. Steini, dann sagen wir vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst bei Blauweiß interviewt. Vielleicht bis bald. Für den restlichen Saisonverlauf wünschen wir dir natürlich alles Gute. Bleib verletzungsfrei und ja, bis bald. Dankeschön, bis bald. BAUME BAUME Vielen Dank.